Musik Brrrrrrnd! Wir kommen zu einer Match gegen... Nein! Oh, ich habe gerade gedacht, what the f***! Freunde, familiäre, uns aufgrund wir kommen zu einer Match Äh, Tipps gegen FC Luzern Bro, lacht! Was ist denn da? Wolltest du noch etwas dazu sagen? Ja, das wird mal los. 3-1 für Hips Hips Jungs, wir sind jetzt... Wir sind jetzt auf dem Stadion Also, wir sind auf dem Weg zum Stadion Sagen wir es so Was ist deine heutige Match-Prediction von diesem Match zu Giugardi? Das ist schwer! Jumpele oder irgendetwas Nein, komm raus! Also, 3-1 Einspiel verloren Das Rückspiel ist jetzt... Ich sage, es gibt ein 2-1 von Luzern! Echt krank! Aber das sind sie doch nicht weiter! Ich weiss, also ich bin gottlos von Luzern Ich hoffe, es ist wirklich krank Aber ich habe das Gefühl, eins kassiert Luzern immer Ich sage, heute gibt es ein knackiges 2-0 in der regulären Spielzeit und nach der regulären Spielzeit macht die FCL zu 3-0 in der Verlängerung Schaut euch, was hier heute wieder los ist Es ist einfach prachtig Und das Bier in der Hand Ja, das ist cool Das Billet ist natürlich heute wieder Medaille aufzahlt, oder? Jajaja Jungs! Wir sind drin Heute beide wieder in ganz kurzen Es ist crazy Crazy, crazy, crazy man Crazy fraud Wir haben schon ein Bier verloren Wir haben schon ein Bier ausgeklärt Und du, also noch die ganzen Kani bei den heissen Fans Frank, Frank, alles voll Jungs, wir kommen zu den heutigen Mannschaftszustellen Im Sturm Der Willi Ottiger Max Meier Aber ist auch dabei Es ist alles normal Yashari spielt auch von Anfang Yashari Der Dorn Schlägt gute Flanke Und beim Rest Hier musst du nur zu einem etwas sagen Der Rest ist egal Der hat beim Menü gespielt Der hat tatsächlich beim Menü gespielt Mehr weiss ich nicht Die Kurve ist jetzt oben Der Bri ruht jetzt hier jemanden an Wir ruht jetzt noch unsere Stamba an Ist er ein Hungertami? Das wäre ja der Hunge, Brudi Schlägt Schlägt Ottiger Pass mal auf Weiss auch Du meinst ich nicht mehr mal gehen Geh scheisse Wow 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 Oh mein Oh shit Jungs, schaut euch die Atmosphäre Die Berge Ich würde sagen Ich liebe den Verein Schaut euch das Stadion Die Atmosphäre sind einfach krank 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 Hey Freunde Ich habe gerade vorhin darüber gesprochen Mittlerweile Am Anfang habe ich den Verein nicht zu gefühlt Aber Mittlerweile Bruder Ja Ja Richtig Mein Herz geht richtig gut Und wir gewinnen dort Das Goool Schieße das Goool Auf geht es zu Töne Schieße Goool Schieße das Goool Spiel auf Hey Nach einer Minute Nach einer Minute Schieße nein Er kann weitermachen by the way Wichtig Wenn ich unten bin Ja Mach es Mach es Mach es Mach es Schieße 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 Ich habe mich gefloggt auf alle Ecken Das ist der Simons-Effekt Der Simons-Effekt Alle machen sie es nachher Seine Schieße Ich bin so gebrochen Ich bin so gebrochen Von So Scheiße Scheiße Scheisse, na! Ja, 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 ja! Nice. Ja, 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 ja! F*** du, Mellow! Das ist f***ig, ja, 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 ja. Manche Schweden mögen Tagessin, es ist die Conference League. Wir swetten 24-7 innen. Wir haben beide mal frei gekauft für diesen Scheisse. Also, ich muss nicht verstehen, dass wir mit 100% Emotionen da sind. Es ist gerät. Wir drücken, wir drücken, Gott f***ig, der kommt. Mach den! Tschüss! Tschüss! Nein, nein. End, 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 end! Schuss! Es geht nicht, na, vor! Es ist ein Schens! Oh! Oh, 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 oh! Scheiße! Bye, bye, bye! Tissi-Mods! Jawohl, der schöne Agri! Jetzt! Jetzt! NPCs! Nein, aber wieso? Oh, der Verteidiger auf der Linie! Ich kann das nicht! Scheiße! 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 F2! 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 Ich weiss nicht, was das ist! Trotzdem macht der Meinung, dass ich jetzt... Wir werden vor links und rechts beleidigt, dass wir ihn nicht aufstehen dürfen! Selle jetzt im Fernsehen schaue, ok? Ja, ich weiss nicht! Ja, ich weiss nicht! Ich weiss nicht! Die Belasche sind ohne Witz! Kann nicht sein! Es ist die einzige Chance, die besitzt was Selle ich sagen! Es passiert nichts! 44 ist Min. Mause! bye! Der Schaden kommt rein und der Oku! Wir wollen ein wenig in den open间 rotieren, aber es wird schwierig! Gernzi, gute Schau. Bitte. Ja, ja, ja! Komm schon, Lüttel, Lüttel! Ja, braun! Komm schon, Lüttel! Ja, ist gut! Ja, ist gut, Mann! Ja, wir lassen du, wir lassen du! Hey Jungs, sorry, ich bin so im Brot. Hey, jetzt ist es krank. Ich bin so am Sweater. Jetzt gibt es nicht. Kommt, vamos. Jetzt ist kein Spass mehr. Ich bin so am Sweater. Wir sind in der Weekend-League, Bruder. Vamos. Machle, machle, machle. Bitte, für den FC Luzern. Nein. Schöner, schöner, schöner. Ich bin so am Ball. Machle, machle. Ach, machle, machle, schöner. Ach, machle, schöner. Du, schüpf, palchle. Ar Jade, blirr, 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 blirr. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Schöner, ich bin so glücklich. Bro! Es ist möglich, dass es aus dem Luzern-Fans klar ist. Aber der Scheiß ist richtig gekauft. Ich meine, du, das 1-2. 2-2, Spiel vorbei. Das war's. Der Zehn-Bestoss. Kauft? Kauft, ja. Scheiss-Hochler-Brinde! Mütze! Der Rentner! Tief bei der Falle, du Hund! Jungs, es tut mir leid, wenn ich nicht mehr alles filme, aber ich bin so im Bruch. Bodenlos. Wenn du so einen nicht machst, das heisst nicht verdient. Jungs! Was wollen wir denn hören? Das ist ein geiler Matsch. Das ist ein geiler Matsch. Das ist ein geiler Matsch. Nein, Boden muss man auch Busse zahlen. Ja, logisch. Wie viel? 250 Franken oder so? 50! 250! Ah nein, du! Ah nein, du! Nichts, guys! Du nimmst nicht! Viel Spaß mit mir arbeiten! Nein, Freunde! Nein, du! Es ist ein bisschen eskaliert. Es ist konsequiert. Oh, wow! Oh! F***! Und wer sind Schotten? Das sind Fans. Eeeeeee! Eeeeeee! Das sind gerade Schotten-Fans. Ja, das ist ein verdammter Geiler. Komm, mach! Ja! Gib'em! Jaaaa! Jaaaa! Am Ende des Tages sind das alles junge Frauen. Jaaaa! Das sind noch echte Villa-Fans. Echt korrechte Suche. Schaut das an! Nein, Jungs! Ihr müsst verstehen. Wir haben ihnen die Hand gegeben. Wir sind ein Fan-Marsch an den Klopfen. Und wir haben ihnen die Hand gegeben. Und es sind eure korrechte Suche. Jungs! Du hast einen verloren. Es bist nicht geil. Ja, grüß gleich. Ja, grüß gleich. Ja, grüß gleich. Ja, grüß gleich. Freunde, ich glaube, wir werden fix verhaftet. Aber Jungs, die Fans von draussen sind krank. Also korrekt. True, true. Ja. Es hat noch ein paar Fans hier vorne. Man, du bist mit ihnen verbündet. Da vorne sind die Tiere. Korrechte Tiere. Nein, ich würde sagen, Luzern hat verloren. Es ist verdammt schade. Ähm, ja. Was sollen wir sagen? Abonniert den Kanal. Liket immer schön weiter. Und tschüss! Das hätte ich da oben geflogen. Ja. 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 Ja.